Hinter den Laboren Ein Roman von Jörg Bergstedt Erschienen im Seitenhieb Verlag Teil 7 Taktik und Repression Es ist ein alter Menschheitstraum, nicht zu altern und nicht zu sterben. Mit einer bahnbrechenden Entdeckung in den Laboren der Spezialfirma BioGeronto scheint er Wirklichkeit zu werden. Doch Komplikationen treten auf, die Technik wird teuer und es bedarf der Forschung an Embryonen. Gesellschaftlicher Widerstand regt sich. Üblicherweise kein Problem für modernes Firmenmanagement, denn soziale Bewegungen sind handzahm geworden. Doch diesmal verläuft die Sache anders. Die Branche gerät unter Druck und macht Fehler. Laborbaustellen werden besetzt, dann zerstört. Auch die Polizei nimmt ihre Gegend nicht zu leicht und muss lernen. Eine Sonderkommission ermittelt. Das Drama nimmt seinen Lauf. Zwischen Spurensicherung, Vernehmungen, öffentlichen Debatten und Strippenziehen hinter den Kulissen der Forschungsförderung entwickelt sich ein Krimi der besonderen Art. Glauben Sie ja nicht, die fantastische Erzählung konnte irgendetwas Wahres enthalten. Verhör. Milano und Nermin kamen fast zeitgleich zur Dietzstelle. Wie lange sind die schon hier? Gestern Nacht um 23 Uhr war die Räumung durch. Im Dunkeln? Da oben? Offenbar mit Scheinwerferlicht vom Hubschrauber. Beide schauten zunächst auf die Bildschirme mit den Berichten von der letzten Phase der Räumung. Als es dunkel wurde, hatten sie die Baustelle verlassen. Na gut, nehmen wir uns die dreimal vor, oder? Rollenverteilung wie immer? Warum nicht? Nermin wies über die internen Informationskanäle an, die erste der drei Personen in den Vernehmungsraum zu bringen. Dort sollte sie zunächst für mindestens 30 Minuten einfach allein sitzen. Reinsetzen, dann alles zumachen und keine Geräusche mehr. Menschen, die ohne Sinneseinflüsse irgendwo isoliert wurden, waren hinterher eher für Ansprache offen. Das jedenfalls hatten irgendwelche Studien ergeben, die in der Ausbildung zum damaligen Staatsschutz gelesen werden mussten. Milano schob Nermin die zweite Tasse Kaffee des Tages rüber. Kurz danach vertieften sich beide in ihre Vernehmungsstrategie, überlegten Fragen und werteten die Berichte des Höheninterventionsteams mit den Personalkarakterisierungen aus. Fast 40 Minuten später betrat zunächst Nermin das Vernehmungszimmer. Vorher saß eine kleine, eher zierliche Person in dunkler Kleidung. Die dunklen, ungekämmten Haare trugen Spuren pinker und dunkelblauer Farbe. Nermin gab sich betont höflich. Guten Morgen, geht es Ihnen gut? Keine Antwort. Routiniert übergingen Sie diesen ersten Hinweis darauf, dass sich die Stille im Raum wohl fortsetzen könnte. Wir brauchen noch ein paar Informationen von Ihnen, dann können Sie gehen. Aus dem Augenwinkel beobachte Nermin die Reaktion. Sie unterblieb. Möchten Sie einen Kaffee? Wieder keine Antwort. Moment, ich komme gleich wieder. Nermin verließ den Raum und ließ die Person noch einmal fast zehn Minuten allein. Dann setzte sie sich neben sie, stellte das U-Pad in die Dockingstation und holte die Bilder des besetzten Krans und der Räumung auf den Bildschirm. Fast eine Minute füllte der Ausschnitt des Kran-Ausliegers mit den drei Besetzis die Tischfläche. Und? Erkennen Sie sich? Stille. Ich muss ja mal Respekt bekunden für die sportliche Leistung. Nermin beobachtete weiter die Person, die aber unbewegt dort saß. Mehrere weitere Versuche mit freundlichen Bemerkungen oder Fragen einen Kontakt aufzubauen scheiterten. Ich bin noch mal kurz weg. Wenn Sie sich die Bilder angucken wollen, klicken Sie hier einfach auf die Pfeile für Vor und Zurück. Ich habe sie im Zwischenspeicher abgelegt. Danach war wieder Ruhe im Raum. Nermin und Melana besprachen sich. Lass uns erstmal alle drei vernehmen und schauen, ob irgendjemand redet. Wir können die danach ein zweites Mal hochbringen lassen und andere Methoden probieren. Okay, das ist auch nicht schlecht. Ich gehe da noch mal rein und stelle einfach ein paar konkrete Fragen. Wenn nichts passiert, geht die ja erstmal wieder runter in den Keller. Beide schauten auf den Touchscreen, wo einige neue Pressetexte über die Besetzung erschienen waren. Wer ist denn da verletzt worden? Ich weiß von nichts. Naja, vielleicht in der Nacht. Hat aber niemand was von gesagt. Egal. Marvin beendete seine Gespräche mit den Fördergeldstellen. Ein Tipp auf den Touchscreen brachte die neuesten Nachrichten in den Vordergrund. Zufrieden registrierte er, dass ihre Presseente voll eingeschlagen hatte. In fast allen Berichten über die Besetzung und Räumung fanden sich die zwei schwer verletzten Bauarbeitis, die Ajit erfunden hatte. In zwei Fällen waren es sogar die Aufhänger. Marvin schlenderte zu Ajit. Gut gemacht. Hat nie Mensch nach Namen oder Belegen gefragt? Nö. Ist wahrscheinlich zu dreist gelogen. Da kommt nie Mensch drauf, dass wir uns so etwas einfach ausdenken. Am schönsten ist ja der Artikel, wo gar nicht mehr steht, was überhaupt besetzt wurde. Ajit lächelte. Ein guter Schachzug. Wir werden uns das merken müssen. Emotion und Betroffenheit zählen, nicht Fakten. Ajits Bildschirm flaggerte. Ein Programm durchsuchte ständig die Nachrichten nach ausgewählten Begriffen. Milana kam wieder in den Raum. Der Touchtable war im gleichen Zustand wie bei ihrem Abgang. Eine Abfrage mit dem U-Pad signalisierte aber, dass in den vergangenen Minuten alle Bilder einmal abgerufen, dann aber das erste Bild wieder eingestellt wurde. Und? Gar kein Interesse an den Bildern? flunkerte Milana. Keine Antwort. Na gut, ich stelle jetzt mal ein paar Fragen. Sie spulte routiniert die übliche Rechtsbelehrung herunter und fragte dann nach Namen, Adresse und einigen weiteren unverfänglichen Informationen. Danach folgten Fragen zum Ablauf der Aktion, dahinter stehende Organisationen. Das Schweigen blieb. Milana klickte immer wieder die gestellten Fragen im U-Pad an und dann das Feld, keine Antwort. Nach einigen Fragen stoppte sie und schaute zur schweigenden Person auf. Die hatte sich einen der herumliegenden Bordpens genommen und malte jetzt auf dem Touchtable herum. Große Bögen und Striche. Milana war einen Moment sprachlos. Was machen Sie da? Eine Antwort unterblieb erneut. Die Person schaute nicht einmal auf. Ganz gemächlich zog sie ihre Linien. Halt! Das ist Sachbeschädigung! Milana sprang auf, rannte um den Tisch rum und griff den Stift. Das Herz pochte deutlich spürbar, als sie entgeistert auf die Polycarbonatfläche schaute. Das ist Sachbeschädigung! Stand dort. Drei Buchstaben fehlten noch. Milana verlor ein wenig die Kontrolle und schüttelte die immer noch schweigende Person an der Schulter. Was soll das? Aber die so Geschüttelte streckte nur die nach oben offene Hand aus, als wollte sie sagen, geben Sie mir den Stift, dann male ich auch noch das Ende. Milana drehte sich um und verließ den Raum. Lass es uns mit der am nächsten probieren, schlug Nermi ihr vor, die das Geschehen auf dem Touchscreen verfolgt hatte. Das gibt es doch gar nicht, schimpfte Milana. Komm runter! Wir müssen lernen, wie die ticken. Das tun wir gerade. Fang du mit der am nächsten an, okay? In Ordnung, aber lass uns bei den Rollen bleiben. Ich baue dann also von Anfang an Druck auf. Ja, wir werden ja sehen. Wenn die das als gemeinsame Linie fahren, ist es ja auch egal, ob wir an einer anderen Person eine andere Variante ausprobieren. Nermi nahm Kontakt zum Gewahrsamstrakt auf und wies die an, die erste Person wieder einzusperren und die zweite ins Vernehmungszimmer zu führen. Achten Sie darauf, dass die Gefangenen keinen Kontakt zueinander haben. Gar keinen, die dürfen sich gar nicht sehen. Jawohl, krächste es aus dem Juppet. Die beiden Juppets signalisierten eine neue Meldung. Sie kamen von der Baustelle. Milana nahm das Gespräch hingegen. Wir haben etwas Neues gefunden. Nämlich, hoffte sie auf Spuren oder eine andere verwertbare Information, ein Loch im Boden. Wie ein Loch. Hier gibt es einen Gang nach unten. Mehr können wir noch nicht sehen. Aber hören, da scheinen Menschen unter der Erde zu sein. Ich dachte, die Räumung ist durch. Dachten wir auch. Scheint ein Irrtum gewesen zu sein. Und jetzt? Wissen wir noch nicht. Wir brauchen Spezialeinheiten für den Untertageeinsatz. Gibt es sowas? Ich hoffe. Gut, wir klären das. Ich melde mich gleich wieder. Milana und Nermin sahen sich an. Na toll. Macht nichts. Regeln wir das mit dem Spezialteam und machen dann erstmal weiter mit den Vernehmungen. Da draußen werden wir eher nicht gebraucht, denke ich. Eine halbe Stunde später schritt Nermin zum Vernehmungsraum. Gesang drang durch die sich öffnende Tür. Milana, die Nermin vom Flur aus zuschaute, lächelte. Beide warfen sich einen kurzen Blick zu, dann betrat Nermin den rein weiß gestrichenen Raum. Die zweite zu vernehmende Person spazierte gerade auf der Fensterbank. Von dort hüpfte sie mit einem Sprung auf den Tisch, der zwischen den Stühlen stand, kletterte dann herum und umkreiste den nun im Raum stehenden Nermin, ohne auf die noch eine Weile offen stehende Tür zu achten. Weiter ging es einmal rund um den Tisch, aber nicht direkt, sondern über jeden Stuhl einzeln. Nermins anfängliche Erstarrung löste sich und sie erinnerte sich der offenen Tür. Ein kurzer Griff und dieses schloss sich geräuschlos. Hören Sie sofort damit auf, brüllte sie, gleich mit einem lauten Befehlston agierend. Aber es nützte nichts. Die Person setzte ihren Marsch und den Gesang fort. Nermin achtete auf den Text. Bezahlte Arbeit, dann der ständige Drang nach Warenkonsum, später der Staat als Ganzes und sogar die Polizei wurden denunziert. Im Refrain tauchte der Traum einer herrschaftsfreien Welt auf. Ein Ende war nicht abzusehen. Außerdem schmerzte der schrille und schräge Gesang in den Ohren. Hören Sie freiwillig auf, sonst muss ich Sie zwingen. Sie war neben einen der Stühle getreten und wartete dort nun, bis die Person wieder in die Nähe kam. Dann griff sie zu, brachte ihr Gegenüber mit gezielten Handgriffen erst zu Boden, dann auf den Stuhl. Zweimal unterbrach ein kurzes Stöhnen das ewige Lied. Dann setzte es sofort wieder ein. Aufhören, brüllte Nermin erneut. Erfolglos. Kurze Zeit später drehte sie beide Arme der singenden Person auf den Rücken und band sie in einer Schmerzstellung zusammen. Das Lied verstummte. Nur ein leichtes Stöhnen verblieb. Nermin verließ den Raum. Kurze Zeit später kam Milana ins Zimmer, heuchelte die Überraschung vor und fragte nach dem Wohlergehen. Aber sie erhielt keine Antwort. Tut das weh? Stille. Ich binde sie erst mal ab. Moment. So, jetzt. Die Fesselung war ab. Die beiden Arme fielen am Körper herab. Eine Sekunde passierte nichts. Die Person bewegte kurz ihre Finger und betrachtete die Druckstellen der Fesselung an den Handgelenken. Dann stand sie langsam auf, dehnte sich, hob die Arme zweimal in die Höhe, verneigte sich und begann wieder zu singen. Nach einigen Takten drehte sie sich zur Seite, ging einige Schritte, stieg schließlich wieder auf einen Stuhl, danach auf den Tisch. Milana verschwand angewidert aus dem Raum, sodass sie nicht mehr sehen konnte, wie der nächste Sprung auf die Fensterbank führte. Die haben sie nicht alle, rief sie kopfschüttelnd der schon auf sie wartenden Nermin entgegen. Egal, dritte Person. Ajit las die Gegenerklärung. Seine Zufriedenheit blieb. Endlich war noch diese nächste Knieknis ins Jammern gekommen. Verzweifelt versuchten sie, die Sache mit den verletzten Bauarbeitis als Erfindung hinzustellen. Doch die Medien stürzten sich sensationsgierig auf die blutige Story. Auch die Fortschrittssenatorin von Berlin, Sonja Schumann, hatte sich am Vormittag geäußert. Derartige Übergriffe auf die Gesundheit und das Leben der an der Laborbaustelle Beschäftigten, so die schweren Verwüstungen fremden Eigentums sind strafbar und nicht hinnehmbar. Ich verurteile diese brutale Tat der Senezix-Gegnies auf das Schärfste. Ajit ließ sein Juppet bei einem alten Freund anklopfen, der im Online-Portal Berliner Fenster arbeitete. Sag mal, du verfolgst doch sicher die Sache mit der Laborbaustelle in Charlottenburg. Klar, warum? Naja, diese verletzten Bauarbeitis. Wäre das nicht noch spektakulärer, wenn sich andere Senex-Gegnies davon distanzieren? Hm, schon. Keine Ahnung. Kommt auch drauf an, wer. Müsste schon was Wichtigeres sein. Du kennst die Szene doch besser als ich. Hier kannst du ja die passenden Organisationen aussuchen, die auch in die Medien kommen. Wozu? Wenn du einfach anrufst und die richtigen Fragen stellst? Also ich meine so in der Art, halten sie Angriffe auf Personen für gerechtfertigt? Irgendwas, wo die gar nicht anders können. Also wenn du die so fragst, werden die doch so antworten, wie wir es wollen. Meinst du, die distanzieren sich? Mein Tipp? Ja. Die sind so auf öffentliche Meinung und das gute Image bei potenziellen Spendis fixiert, dass wir da eine gute Chance hätten. Wenn du meinst, ich probier's mal. Gut. Wenn es nicht klappt, egal. Wenn es klappt, wäre es aber großartig für uns. Soll ich dich informieren, wenn ich das gemacht habe? Ist nicht extra nötig. Ich sehe es dann ja, denke ich. Viel Glück. Würde mich ja freuen, wenn wir sie da mal drankriegen, diese ewig gestrigen Maschinenstürmis. Mal sehen. Mach's bis dahin gut. Das JuPet meldete sich. Es sieht kompliziert aus. Das Spezialteam war jetzt unten. Es sind lange Gänge und etliche Winkel. So einfach werden wir die da nicht rausbekommen. Was ist der Plan? Wir haben jetzt entschieden, rund um den Aufenthaltsort Löcher zu bohren, um von dort an die Aktivistis heranzukommen. Das wird aber dauern. Warum? Wir müssen die nicht nur baggern, sondern auch stabilisieren, sonst gefährden wir unsere eigenen Leute auch. Zwei Werkstatt-LKWs des Technischen Hilfswerks rollten über die schlammige Auffahrt. Ihr Auftrag war, die Leute im Tunnel von den zusätzlichen Betonschächten aus loszuschneiden und herauszubringen. Doch erst einmal mussten die Schächte gebaut werden. Unten im Trakt der Gewahrsamstzellen schoben nur wenige Beamteis Dienst. Es war kein schöner Job, da kaum Sonnenlicht die Räume erreichte und alles mit Kunstlicht erfüllt war. Außer den drei Aktivistis von der Senexik-Baustelle waren noch sieben andere Personen aus unterschiedlichen Gründen in den Zellen. Aber die drei Beamteis, die zurzeit den Betrieb hier managten, hatten nur ein Gesprächsthema. Die Aktion am gläsernen Labor und die Senexik. Alle drei waren sich einig, sie könnten diese Technik nicht bezahlen. Ihre Nachkommen würden leben und sterben wie immer. Einige Zeit fielen Namen derer, die sich das wohl eher leisten konnten. Deutlich angewidert klang die Vorstellung, dass die Welt gerade mit denen besonders lang leben müsste. Ich finde, die Aktivistis sind mutig. Na, lass das da oben aber niemanden hören. Ach, denen da oben im Präsidium sind wir doch egal. Und die werden sich die Technik leisten können. Wenigstens nicht für sich, sondern für ihre Kinder. Die müssen ja nicht genauso sein. Na, meistens doch. Oben bleibt oben. Sie schwiegen eine Runde. Was das wohl für Menschen sind, die Kräne hochklettern, um gegen etwas zu protestieren? Keine Ahnung. Aber eigentlich hast du ja gerade eine gute Chance, die kennenzulernen. Alle guckten sich an. Stimmt. Eine ist ja auch schon wieder aus dem Verhör runter. Ich glaube, ich gehe da einfach mal rein. Vielleicht redet die ja mit mir. Die dritte festgenommene Person kam in den Vernehmungsraum. Melan und Nermin hatten sich wieder eine neue Vorgehensweise einfallen lassen. Diesmal saßen beide schon im Raum. Bitte sehr, setzen Sie sich. Danke. Beide waren schon freudig überrascht, überhaupt mal eine Antwort zu bekommen. Neue Hoffnung auf ein Vernehmungsergebnis keimte auf. Die zu verhörende Person nahm Platz und begann selbst. So, kommen wir also zu den Fragen. Zunächst möchte ich gerne wissen, warum Sie diesen Beruf hier ergriffen haben. Können Sie das in kurzen Worten beschreiben? Die Person beugte sich über den Tisch, zog Nermin zwei Papierbögen vom Tisch, griff in den Stifteständer und notierte die Frage auf einem der Blätter. Dann sah sie erwartungsvoll zunächst Melana und dann Nermin an. Wer von Ihnen will beginnen mit der Antwort? Wieder der Blick erst zu Melana, dann zu Nermin. Moment, wir stellen hier die Fragen, also... Die Person unterbrach. Das gehört nicht zum Thema. Bitte antworten Sie auf meine Fragen, kurz und präzise. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Nermin schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. Was soll das? Wollen Sie uns zum... Wieder funkte die Person dazwischen. Bitte beschädigen Sie unser Mobiliar nicht. Wir sind hier zu dieser Befragung zusammengekommen und bitte halten Sie sich jetzt an die Regeln. Also, ich wiederhole jetzt nochmal die Frage. Warum haben Sie diesen... Schluss jetzt! Rief Nermin. Melana versuchte es mit freundlichem Zureden, aber die Situation ließ sich nicht entwirren. Die Person bestand darauf, selbst die Fragen zu stellen, wenn die beiden Staatsschützis das Gespräch zu übernehmen versuchten. Nach wenigen Minuten verließen beide den Raum. Auch die dritte zu verhörende Person wurde vorläufig wieder in den Keller gebracht. Und? Wie war's? War's ja ganz schön lange da drin. Die Beamtie war aus der Zelle wieder zurückgekommen. Wirklich interessante Leute, muss ich schon sagen. Hat sie mit dir geredet? Ja, ganz viel. Über die Senexik und die Kritik daran und was solche Aktionen bringen können. Wirklich sehr interessant. War dir freundlich? Eigentlich schon. Sehr sogar. Am Ende hat dir noch gesagt, lieber zwei Tage oben auf dem Kran als ein ganzes Berufsleben hier unten im Loch. Da hat sie auch recht. Allerdings. Melana hatte nochmals die Akten durchgeblättert, ob sich irgendein Ansatzpunkt fand, wenigstens eine der Personen unter Druck zu setzen, als das U-Pad ein Dokument des Amtsgerichtes meldete. Melana holte es auf den Touchscreen und las, dass die drei Gefangenen sofort freizulassen seien. Da haben wir den Salat! Fast ein ganzer Tag Arbeit und null Informationen. Fürs nächste Mal müssen wir uns was anderes überlegen, erwiderte Nermin. Wer hat denn die Freilassung beantragt? Warte. Eine Verteidigerin namens Klappold. Anwältin aus Berlin? Keine Ahnung. Melana ließ das Anwalt die Verzeichnis durchsuchen. Nein, den Namen gibt es nicht. Muss also von woanders kommen. Vielleicht sollten wir mal gucken, aus welcher Stadt die kommt. Mag ja Hinweise geben. Erdarbeiten Die Räumung des Tunnels dauerte über zwei Tage. Die Sache war komplizierter als gedacht, das Medieninteresse riesig. Nervig, kommentierte Marvin. Er stand neben Ajit in dessen Arbeitswabe und schaute auf die vielen Berichte. Aber zum Glück steht kaum noch etwas über die Hintergründe der Aktionen in den Texten. Das stimmt. Ist eher wie eine Sportberichterstattung. Technisches Hilfswerk gegen Aktivistis. Bagger gegen Mensch. Hat schon etwas von David gegen Goliath. Ja, aber das ist auch das Einzige, wo die Pluspunkte sammeln. Wir kommen in dem Ganzen gar nicht mehr vor. Die Kritik an der Senexik nur am Rande und die Kritik an Seilschaften, Geldflüssen und all dem, was die sonst in den Vordergrund stellen, gar nicht. Tja, vielleicht lassen die nach. Oder das Thema ist für die Medien schon durch. Wäre ja schön. Oder es sind doch verschiedene Leute. Kann auch sein. Wir sollten uns jedenfalls nicht zu früh freuen. Blieb Marvin skeptisch. Aber schau, dafür hat etwas anderes geklappt. Ajits Bekannter beim Berliner Fenster hatte ordentliche Arbeit geleistet. Beide schauten auf den neuen Text und lachten mit einem Anteiljubel. Die Violetten haben sich distanziert von der Aktion. Auch Karin kam in die Arbeitswabe und beugte sich vor. Menschen zu verletzen ist nicht mit unseren Zielen zu vereinbaren. So wurde einig sprechig zitiert. Alle drei sahen sich triumphierend an. Später konnte Ajit etliche weitere Berichte dieser Art lesen. Drei Organisationen, die der Senexik kritisch gegenüberstanden, lehnten Besetzungen mit scharfen Worten ab. Die Ziele der Aktion spielten gar keine Rolle mehr. Am Arbeitsplatz sah Karin eine neue QMS am Touchscreen. Hallo Karin. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Wir haben damals in der Garage von Joey einige Monate zusammen verbracht. Meist unter Kunstlicht und oft bis kurz vor dem Einschlafen. Ich habe gehört, wo du jetzt dabei bist. Das passt gar nicht zu all den Ideen, die wir damals hatten. Ich würde dich gerne mal wieder treffen, um das zu verstehen. Hast du Zeit und Lust? Ich habe dich in guter Erinnerung und würde das gerne behalten. In diesem Sinne, Gruß aus Greifswald. Tinky. Sie überlegte eine Zeit, wer die Person war. Verschiedene Erinnerungen gingen ihr durch den Kopf, aber so richtig klar wurde ihr nicht, wer da schrieb. So antwortete sie zunächst neutral und hoffte, bei der nächsten QMS ein passendes Gesicht vor Augen zu haben. Auf der Baustelle war endlich die letzte Hürde genommen. Die zwei Tunnel-Bowies waren aus der Erde geholt. Übermüdet verließen die letzten Polizeieinheiten das Gelände. Die Bauarbeities übernahm wieder das Geschehen. Eine kleine Zahl Aktivisties hielt weiter einen Infostand neben dem Eingang aufrecht und sprach unerwägt die Schaulustigen an, die sich nach den Berichten über die Besetzung und den Tunnel immer wieder einfanden. Misstrauisch beäugt wurden sie aus zwei Polizeifahrzeugen, die gegenüber am Straßenrand standen. Technikies untersuchten den Kran, fanden aber keine Spuren von Manipulationen oder Beschädigungen. Der Bau konnte weitergehen. Strategieanpassungen Ich möchte Sie im Namen der Fördergemeinschaft Innovative Pharmaforschung zu unserer Strategietagung begrüßen, eröffnete Chris die Runde. Sie wissen sicherlich um den Grund dieses Treffens und die durch kriminelle Aktionen entstandene öffentliche Debatte. Es ist das Ziel dieses Treffens, sachliche Antworten auf die ideologische Hetze zu finden und Strategien zu entwickeln, unser wichtigstes Projekt, den Zwängen der Natur ein Stückchen weiter zu entkommen, gemeinsam voranzutreiben. Ich denke, wir stimmen darin überein, dass dadurch in allen wichtigen Feldern ein Fortschritt erreicht werden kann. In den beteiligten wissenschaftlichen Sparten und für die wirtschaftlichen Branchen, die unsere Errungenschaften am Markt verwirklichen und damit neuen Wohlstand schaffen. Karen folgte auf einer der letzten Stuhlreihen der Rede ihres Kollegen, der im Unialltag immer mehr aufblühte und nicht nur in den Laboren, sondern auch in Hörsaalen mehr und mehr brillierte. Die Wandlung seiner Rhetorik von reiner Fachsprache zu repräsentativen Reden gefiel ihr. So ließ sich gesellschaftlich agieren. Nicht nur höflich klatschte sie einige Minuten später, als Chris seine Begrüßung beendet hatte. Kurze Zeit später schaute sie Marvin zu, der die Moderation des Treffens übernahm. Im Saal saßen Honoratioris aus Universitäten, Stiftungen und weiteren Organisationen. Dazu kamen ausgewählte Journalistis und andere Repräsentantis gesellschaftlicher Elitesphären. Der Raum war gut gefüllt. Fast alle Mitarbeitis von BioGeronto sowie Rolf mit den ersten dort neu eingestellten Hilfskräften waren vor Ort. Sie bildeten den organisatorischen Background des Treffens, brachten Vorschläge ein, formulierten Protokolle und moderierten die geplanten Arbeitsgruppen. So hatten sie maßgeblichen Einfluss auf Abläufe und Inhalte. Den solche Tätigkeiten meist abgeneigten Honoratioris und Führungsfunktionäris war es erkennbar recht, dass die Tagung auf diese Weise vorbereitet wurde und sie zu den Vorlagen nur mehr ihre Kommentare und Änderungswünsche abgeben mussten. Den einen die Redezeit und den öffentlichen Ruhm, den anderen die Strippen hinter den Kulissen, hatte Marvin in der Vorbereitung durch die Strategierunde formuliert. Das war seine Variante von eine Hand wäscht die andere. Alle waren zufrieden. Nach einer fast zweistündigen Phase in kleinen Gruppen, einigen für Deals und Absprachen immer besonders wichtigen, Kaffeepausen und Unterbrechungen sowie einer kleinen Talkrunde zum Stand der Forschung gaben die Moderatoris der einzelnen Diskussionen die Ergebnisse bekannt. Alle, bis auf eine Ausnahme, waren Angestellte von Bio-Geronto, Senexik-Aktiv oder Mikrolysis. Den Anfang machte Dani. Wir haben über die Zusammenarbeit mit den staatlichen Behörden sowohl wegen der nötigen Genehmigungen wie auch über Überwachung gesprochen und möchten folgende Strategiepunkte vorschlagen. Sie trug eine Reihe von Punkten vor, wie der direkte Kontakt und der Einfluss auf die Verfahren verbessert werden könnte. Der Text endete mit dem Appell In Gesundheitsfragen gibt es keinen Ersatz für glaubwürdige Aufsichtsbehörden. Eine strategische Zielsetzung unserer Kampagne muss es daher sein, ihre Glaubwürdigkeit mit aufzubauen. Wenn Behörden für uns entscheiden, aber als unabhängig wahrgenommen werden, ist es für unsere Sache am besten. Positive Aussagen über Behörden sollten da von Akteuris stammen, die nicht von den Entscheidungen dieser Aufsichtsbehörden abhängig sind. Dani unterbrach und schaute in die Runde. Also ich hoffe, das war jetzt verständlich. Viele Akteuris, wie wir es sind, passen. Als Persönlichkeiten oder auch Vergib. Und gerne andere Organisationen, die keine eigenen Forschungsprojekte bei den Genehmigungsstellen einreichen. Wieder schaute sie in die Runde und fuhr dann fort. Positive Aussagen hingegen über Aufsichtsbehörden, die von den wirtschaftlichen Nutznießes der Senexik stammen, tragen zu einer glaubwürdigkeitsvernichtenden Wahrnehmung bei. Es muss der Anschein vermieden werden, dass diejenigen mit den größten eigenen Interessen die Kontrolle über die Aufsichtsbehörden hätten. Um die gewünschten Wirkungen hinsichtlich der öffentlichen Wahrnehmung und Meinung zu erzeugen, müssen zudem die Bio-Industrien aufhören, als ihre eigenen Fürsprecher aufzutreten. Auch hier sind neutral und unabhängig wirkende Player zu gründen oder zu stärken. Dani trat einige Schritte zurück. Applaus kam auf. Anfangs eher zögerlich. Vielleicht lag es an den komplizierten Sätzen. Marvin interpretierte ihn trotzdem taktisch geschickt als Zustimmung. Danke für die Zustimmung. Ich werte das jetzt mal so, dass es keine Bedenken gegen den Text gibt, oder? Und nach einigen Sekunden fügte er an. Dann würde ich den so als abschließendes Ergebnis zu dieser Frage bewerten. Vielen Dank an die Arbeitsgruppe. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Ideen und Vorschläge in unserer Arbeit auch umsetzen und beherzigen. Das sollte uns allen zum Vorteil gereichen. Es ging weiter mit Berichten aus den Arbeitsgruppen des Tages. Das meiste Interesse weckten die Überlegungen zu Strategien der Propaganda. Rolf hatte die Moderation inne und trug vor. Unser Slogan lautete Geschichten und keine Sachfragen. Dann zitierte aus dem erarbeiteten Text Wenn es vergib gelingen soll, den Übergang zu einer effektiven öffentlichen Stimme zu vollziehen, muss eine Verlagerung von der sachfragenorientierten Kommunikation hin zu einer auf Geschichten gestützten Kommunikation stattfinden. Das löste eine Debatte aus. Besonders einigen Wissenschaftlis, die dieser Arbeitsgruppe ferngeblieben waren, schmeckte der Tenor nicht. Bei anderen regte er sofort einige Fantasie an, sodass Rolf erste Vorschläge für Geschichten sammeln konnte, die ihm aus dem Publikum zugerufen wurden. Lass uns Albert Einstein wieder aufleben lassen, als Leitfigur und vielleicht Maskottchen mit klugen Ideen gegen die Wissensfeindlichkeit. Das erhielt Applaus. Wie wäre es mit einem Anreizprogramm? Wer zu wenig Geld für ein längeres Leben eigener Kinder hat, bekommt Unterstützung, wenn sie ihr mehr Leistung zeigt. Da ließen sich Brücken schlagen zu den Wirtschaftsdachverbänden. Ja, sehr gut. Und einiges mehr in diese Richtung. Den längsten Text steuerte die Arbeitsgruppe bei, die Begriffe und Beschreibungen der eigenen Ziele und Tätigkeiten beriet. Grundthese der Arbeitsgruppe war, Ein wirklich aggressives Kommunikationskonzept versucht, selber Begriffe zu setzen und immer wieder den Gegnis siehende Begriffe streitig zu machen und umzudeuten. Dann folgt die Erläuterung. Die Gegnis, die ihr Senexik, sind außerordentlich geschickt in der Kultivierung von Symbolen, welche angetan sind, unmittelbare Gefühle von Furcht, Wut und Ressentiment zu schüren. Die Senexik-Industrie muss in ähnlicher Weise antworten. Mit Symbolen, die Gefühle wie Hoffnung, Befriedigung, Fürsorge und Selbstwert erwecken. Ajit, der diese Arbeitsgruppe fest in den Händen hatte und nun Bericht erstattete, fügte einige Beispiele an. Aus der Schiere zwischen Armen und Reichen wird so zum Beispiel ein Einsporn für alle, die neuen Errungenschaften auch für sich zu nutzen. Bei aktuellen Begleitforschungen am menschlichen Genom geht es, so unsere Idee für die künftige Öffentlichkeitsarbeit, nicht um die Durchsetzung neuer Technik, sondern um die soziale Verantwortung, Lebensqualitäten zu verbessern, ohne gesellschaftliche Konflikte zu verschärfen. In der Arbeitsgruppe sei über einen konkreten Vorschlag diskutiert worden, aber kein Textvorschlag entstanden. Ich kann das aber kurz berichten und werde ein Protokoll nachreichen. Wir fanden im genannten Zusammenhang die Idee, den mit der Gesundheitsbewegung assoziierten Begriff der Vorsorge zu hijacken, besonders faszinierend. Aus der Verlängerung der Lebenszeit nur für zahlungsfähige Personen wird dann ein Konzept der dauerhaften Gesundheitsvorsorge. Forschungseinrichtungen der Senexik mutieren zu Gesundheitszentren und so Verbände zu Netzwerken des Allgemeinwohls. Per Zwischenruf wurden zwei weitere Vorschläge solcher Begriffseroberungen in den Raum geworfen. Einige lachten. Die Stimmung hatte sich gegenüber der eher jammervollen Anfangssituation deutlich verbessert. Eine eher kleine Runde der Vergibt-Tagung diskutierte über die Argumente der Gegnis. Wir müssen die, vor allem unter den unabhängigen Aktivistis, also diesem kriminellen Flügel, verbreiteten, emanzipatorischen Strömungen diffamieren. Dafür sollten wir die wissenschaftlichen Chancen weiterer Verbesserung und zukünftiger preiswerterer Methoden aufgreifen oder ganz neue Fragestellungen, wie zum Beispiel Risikodebatten über mögliche gesundheitliche Probleme der mit der Technik behandelten Personen aufgreifen. Bedenken Sie, die meisten Lobbyvereine, die für soziale Gerechtigkeit streiten, werden von potenten Schichten geführt. Denen geht es darum, mit ihren Kampagnen Spendengelder abzugreifen. Ihre Zielgruppen sind folglich eher die wohlhabenden, also dieselben Kreise, die wir mit unserer Technik erreichen wollen. Hier können unausgesprochene Interessensüberschneidungen entstehen, wenn wir Debatenthemen in den Vordergrund stellen, die auch den spendenorientierten Großverbänden helfen. Den Abschluss bildete die Arbeitsgruppe für eine konkrete Imagekampagne. Die meisten Reportees und Redakteurys haben keine persönliche Agenda, wenn es um die Berichterstattung über Senexik und die damit verbundenen Industrien geht. Wie in allen anderen Bereichen sind sie vornehmlich damit beschäftigt, verkaufbares Material unter einem extremen Termindruck zu produzieren. Die Faktoren Termindruck und Redaktionsschluss dominieren den Journalismus und haben einen weitreichenden Einfluss auf den tatsächlichen Inhalt der Berichterstattung. Die Gruppe schlug vor, deshalb vermehrt Pressemitteilungen mit sehr einfachen Meldungen herauszugeben. Als Beispiel wurden Schlagzeilen für das gerade gelaufene Treffen entwickelt. Gewaltige Resonanz auf Kongress oder Kongress weist auf gigantisches Wachstumspotenzial der Senexik für die Havel-Spray-Region hin. Prominente Unterstützis könnten allgemeine Zustimmungssätze äußern. Bedenken Sie außerdem die Führungspersonen in Verlagen und Medien mit Aufmerksamkeit. Denken Sie immer daran. In den Leitungspositionen sitzen die Kreise, für die unsere Technik praktische Bedeutung hat. Hier gäbe es viele verschiedene Möglichkeiten, diese Zielgruppe für die eigenen Anliegen zu gewinnen. Damit bin ich am Schluss meines Berichts. Nur eines fehlt noch und das möchten wir Ihnen zum Abschluss präsentieren. Wir haben ein Slogan für eine Werbekampagne entwickelt. Er soll künftig auf unseren Online-Seiten, Visitenkarts und auf Werbetafeln an Laboren und Firmengebäuden prangen. Der große Touchscreen an der Wand leuchtete auf und zeigte den neuen Leitspruch der Senexik. Mit der Klugheit der Evolution. Einige Sekunden starrten die Anwesenden auf die Wand. Dann rief jemand Sehr gut! Aus den hinteren Reihen brandete erster Beifall auf, dem sich die meisten anschlossen. Dass dort hinten vor allem Bio-Geronto-Leute saßen, fiel gar nicht auf. Das ist ein wunderschöner Abschluss, übernahm Marvin wieder die Moderation. Wir sehen uns in zwei Wochen auf dem Innotalis-Forum. Machen Sie noch ein bisschen Werbung dafür. Es ist eine unserer wichtigsten Tagungen in der Öffentlichkeit. Dann entließ er die Anwesenden, nicht ohne ein paar weitere einschleimende Schlussworte und Dankeshymnen an die vielen Unterstützis zu richten, die Tagung und Projekte so großzügig unterstützt hatten. Das Treffen hatte sich gelohnt. Einige Vorabsprachen für zukünftige Förderungen gelangen, wie üblich in den Pausen oder in der After-Meeting-Area, wo noch einige Zeit Häppchen und Getränke zu direkten Gesprächen einluden. Als Ajit sich verabschiedete, fragte Marvin Was machst du heute Abend? Was ganz Ordinäres. Ich gucke einen Film. Ach ja. Gibt's was Spannendes? Ja, ein Tatort, der was mit uns zu tun hat. Was? Diese uralte Krimireihe gibt es immer noch? Nee, gibt es wieder. Ist inzwischen von freien Filmteams gemacht. Gar nicht schlecht. Und was hat das mit uns zu tun? Ich hab das nur in der Programmvorschau gelesen. Es soll irgendein Todesfall in einem Senexik-Labor sein, nahe einer Baustellenbesetzung. Ach ja? Stirbt jemand von uns? Also ich meine von den Senexik-Leuten? Weiß ich gar nicht. So genau habe ich es nicht gelesen. Guck's dir doch an. Ja, das mache ich vielleicht. Danke für den Tipp. Vor Gericht Wir kommen zum Aufruf der Sache Bio-Geronto gegen Sonja Kienzlin. Die Richte saß ruhig hinter dem erhöhten Tisch und begann die Verhandlung. Zunächst stellte sie ihr den Sachverhalt dar. Die Firma Bio-Geronto hat an die Beklagten eine Unterlassungserklärung gerichtet. Diese ist laut Blatt 17 der Akte auch zugestellt, aber nicht beantwortet worden. Daraufhin hat die Klägerin beim hiesigen Gericht beantragt, der Beklagten per einstweiliger Verfügung jedes Betreten und jede weitere Störung der Einrichtung und des Betriebs von Einrichtungen der Klägerin zu untersagen. Ich verweise diesbezüglich auf Blatt 34 der Akte. Das Gericht hat diese Verfügung versandt, die Zustellungsurkunden sind als Blatt 68 in der Akte erhalten. Es besteht auch kein Zweifel an der Zustellung, weil die Beklagte gegen die Verfügung Widerspruch eingelegt hat, und zwar form- und fristgemäß. Die Klägerin beruft sich hinsichtlich der Berechtigung der Verfügung auf eine Wiederholungsgefahr, die nach allgemeiner Rechtsprechung anzunehmen ist, wenn eine Person eine Handlung bereits einmal ausgeführt hat und die Möglichkeit zur Wiederholung auch tatsächlich besteht. Dieses sei, so die Klägerin, beides der Fall, weil die Klägerin weiterhin entsprechende Einrichtungen betreibe und auch neue zu errichten plane. Die Beklagte bezieht sich bei ihrem Widerspruch auf Rechtfertigungsgründe und stellt im Schriftsatz auf Blatt 102 der Akte dar, dass nach ihrer Auffassung sowohl Genehmigungen wie auch Förderungen für das damals besetzte Gebäude durch Falschangaben erschlichen seien. Die Richtig schaute in die Runde. Ist der Sachverhalt so korrekt wiedergegeben? Es gab keine Widerrede. Möchte jemand ergänzen oder weiteres vortragen? Es entstand eine Debatte über das Geschäftsgebaren der Firma BioGeronto, personelle Verflechtungen mit Genehmigungsbehörden und Passagen in den Genehmigungs- und noch mehr Entförderanträgen, die den Verdacht aufwarfen, dass Bau und Finanzierung auf Betrug basieren würden. Die Anwalti der beklagten Firma BioGeronto, ein ziemlich pomadig auftretender Menschen namens Stapler, wies die Vorwürfe lautstark von sich und thematisierte die kriminelle Vorgehensweise bei der Besetzung des gläsernen Labors. Ein Dialog entstand nicht, alle redeten einander vorbei, so war es üblich vor Gericht. Angesichts der deutlichen politischen Differenzen glich alles einem Schauspiel. Höhepunkte waren einzig die aufbrausenden Auftritte der As-Anwalti Stapler, die er immer wieder darauf beharrte, mit sie einem Doktortitel angesprochen zu werden, was die Angeklagte bei jeder Erwähnung und mit erkennbar wachsender Begeisterung unterließ. Nach knapp 50 Minuten war die Sache beendet und das Gericht gab einen Verkündungstermin für das Urteil bekannt. Standortpolitik Das Innotales Forum war gut besucht. Fast 150 Personen hatten sich auf dem Tagungsgelände eingefunden, darunter nicht nur Firmenvertretis und Lobbyistis, sondern auch mehrere Beamteis aus Ministerien und Förderstellen. Die Stiftung Gott und die Welt war dabei, ebenso Rechtpersonen stark die SENS Research Company. Das Treffen schien wichtig, das zeigten die Teilnehmizahlen. Wahrscheinlich hatte die sich zuspitzende Debatte zusätzlich mobilisiert. Es ging um Renommee, Kontakte und Geld. Viel Geld. Die Wichtigkeit, sich in der Öffentlichkeit durchzusetzen, machten mehrere Rhythmies in ihren Beiträgen deutlich. Wenige Tage zuvor hatte die Berliner Fortschrittssenatorin Schumann ihr Kommen angekündigt und dabei deutliche Worte gewählt. Es darf doch in Deutschland nicht so weit kommen, dass Mensch einem Sozialfunktionär mehr glaubt als einem Forschi. Bei einigen kirchlichen Organisationen war der Ausspruch nicht gut angekommen. Aber hier auf dem Forum klatschten die meisten demonstrativ kräftig, als ihr Name in der Liste der besonders begrüßten Gäste fiel. Draußen vor der Zufahrt hatten sich Demonstrantis eingefunden. Die Polizei hielt sie auf Distanz. Sie mussten auf der gegenüberliegenden Straßenseite ausharren und waren entsprechend wütend. Protest ist dort erlaubt, wogegen er sich richtet, schimpften einige in Richtung der Uniformierten, die entlang der Straße standen und niemanden näher an die Veranstaltung heranließen. Die reagierten gelassen. Tut uns leid, sie müssten hier bleiben, weil auf der anderen Seite auch eine Versammlung angemeldet ist. Was? Wo denn? Ich sehe niemensch. Jemensch anders fragte, wer soll denn diese sogenannte Versammlung da drüben ausrichten? Eine Organisation namens Föhrgib. Gelächter. Und wo ist die? Sie angesprochene Polizist, die zuckte mit den Achseln. Seit wann ist eine Versammlung mit null Leuten eine Versammlung? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich habe Befehl, die beiden Demonstrationen auseinanderzuhalten. Sie haben die Auflage, auf ihrer Seite zu bleiben. Das setze ich durch. Da war jede Debatte reine Zeitverschwendung. Die Demonstrantis hatten eines ihrer berüchtigten Dreibeine aufgestellt, behängt mit Spruchbändern. Es stand brav dort, wo die Versammlung auch erlaubt war, und nirgends im Weg. Rundherum gab es Informationsstände und eine kleine Musikgruppe, die immer wieder aufspielte. Die mit Elektro-Taxis anreisenden oder zu Fuß von der nahen Schwebebahnhaltestelle kommenden Teilnehmis des Innotales-Forums wurden mit Sprechchören empfangen. Wer sich zu den Kritikis wagte, erlebte aber auch freundliche Einzelgespräche Verwaltungshalle war von den Protesten draußen wenig zu spüren. Als eine halbe Stunde vor Beginn die ersten Besuchis erschienen, war die Organisationsgruppe noch mit den Proben für den Technikeinsatz beschäftigt. Die zur Versorgung angeheuerte Küchencrew baute die Getränkeausgabe auf und richtete die Menüseite ein, mit der die Anwesenden später vom Touchscreen am Platz ihr Mittagessen auswählen konnten. Hey, was machen die denn da, hieß es plötzlich. Einige schauten aus dem Fenster. Aus einem kleinen Zimmer tauchten Marvin und drei weitere Organisatoris auf und liefen zum Ausgang. Von dort konnten sie Richtung Straße blicken. Das Dreibein stand in der Einfahrt und blockierte diese. Darauf saßen zwei Aktivistis, die nun unter dem frenetischen Jubel der anderen Demonstrantis auf der anderen Straßenseite ein Spruchband entrollten. Marvin lief zu den Polizeibeamtis, die das Dreibein umringten. Was soll das denn jetzt? Die sollten doch auf der anderen Seite bleiben? Zunächst erhielt er gar keine Antwort. Wut entbrannt schaute er zur Spitze des Dreibeins. Per Lautsprecher Durchsage von der anderen Straßenseite wurde er namentlich begrüßt. Guten Morgen, Herr Schaluppe! Das freut uns, dass einer der größten Strippenzieher der Senexics Seilschaften uns auch beehrt. Herzlich willkommen an diesem unruhigen Tag! Wie kommt das Dreibein hierher? brüllte Marvin jetzt in Richtung der Polizistis. Das haben die hier rüber getragen. Wie hier rüber getragen? Und was haben sie gemacht? Wir waren nicht da. Sie standen doch immer hier. Nein, in dem Moment nicht. Wieso nicht? Da vorne auf der Straße sehen Sie diese Gruppe von Rentneys zwei mit Rollstuhl vier mit Gehhilfe. Ja, sehe ich. Ist ja unglaublich, die blockieren ja auch. Richtig, das war ja die Sache. Die sind recht plötzlich dorthin gezogen, haben einen Höllenlärm gemacht und sich auf die Straße gesetzt, zum Teil gelegt. Ja, und? Dann sind wir da hingegangen, um das zu verhindern. Kaum waren wir einige Meter weg, haben die das Dreibein hier rüber getragen. Ja, wie? Das ging enorm schnell. An jedem Bein ist eine Person nach oben geklettert. Wir konnten eine festhalten, die anderen waren zu fix oben. Das ist doch unglaublich, das war doch geplant. Wahrscheinlich ja, hilft jetzt aber auch nichts mehr, oder? Und was machen sie jetzt? Erstmal nichts. Mit unseren Leuten und der vorhandenen Ausrüstung können wir da nichts machen. Aber kleiner Tipp an Sie, sehen Sie zu, dass Sie einen Nebeneingang aufmachen und Ihre Teilnehmies dorthin umleiten. Sonst könnte sich alles für Sie ziemlich verzögern. Marvin stand eine Weile sprachlos neben dem Dreibein, schaute nach oben, auf die andere Straßenseite, bis ihm langsam dämmerte, dass diese Quadratmeter erst mal verloren waren. Wer sind Sie eigentlich? sprach eine zivil gekleidete Frau an, die in der Nähe stand und den Dialog mitverfolgte. Guten Tag, Herr sah sich immer noch so. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, sorry der Nachfrage. Kein Ding kann passieren, entgegnete Milana und schaute wieder zu den Demonstrantis. Marvin verließ die Straße. Die Uniformierten hatten schon recht. Es war in der Tat besser, einen alternativen Zugang zu schaffen. Nachdem das gelungen war, stellten sich zwei Mitarbeitis an die Haltestelle der E-Taxis und wiesen allen Ankommenden den neuen Weg. Mit 30 Minuten Verspätung konnte die Tagung beginnen. Karin hatte sich wieder in die hinteren Plätze gesetzt. Ihre Sache waren die Pausen. Für eine Wissenschaftlerin wie sie gaben die Vorträge ebenso wenig her wie die Höflichkeiten und Phrasen der Grußworte. Sie hatte eine Antwort von Tinky erhalten. Diesmal hatte sie ihr gemeinsam erlebte Situationen der früheren Zeit als Biohacki geschildert. Nun kam Karin auch wieder das Gesicht der ehemaligen Freund vor Augen. Sie war zwar nur wenige Monate in der Garagenzeit dabei gewesen, hatte den Laden aber mit ihren ständigen Späßen bei Laune gehalten. Das war vor allen Dingen dann wichtig, wenn es mal nicht so gut lief oder eine lange Nacht wurde. Einige Tassen Kaffee und die Bemerkungen von Tinky waren ein gutes Gemisch um wach zu bleiben. Jetzt schrieb Tinky, dass sie schon länger ohne Job leben und es immer sehr schade finden würde, dass es die Szene selbst organisierten Forschens nicht mehr gab. Die QMS war länger als Geld Ich fände das sehr schade Du warst doch immer die die das am lautstärksten verteufelt hat. Der letzte Satz breitete sich in Karens Kopf aus. Zum Glück wusste Tinky nicht, was Karen genau tat und wie sie gerade von einer bezahlten Forscherin zur Jongleurin mit Geld und Geschäftsbeziehungen mutierte. Wie würde Tinky enttäuscht sein, wenn sie ihr das erführe? Sie wusste nicht, wie sie den Fragen entgegnen sollte. So antwortete sie erst einmal nicht. Die Innotales Geschäftsführerin eröffnete die Sitzung. Danach ergriff Berlins Ex-Wirtschaftssenatorin und heutige Lobbyistin Petra Hirschthaler das Wort. Ausschweifend lobte sie die guten Aussichten, die weltweit der Senexik offenstehen würden. Dann beschimpfte sie die Proteste vor dem Gelände und in Deutschland insgesamt. Sollte sich diese rückwärts gewandte Politik durchsetzen, wird die Welt über uns und unsere Ängstlichkeit hinweg gehen. Damit dies nicht passiert, sollten wir die Chancen der Senexik für die innovative und wettbewerbsfähige Medizin nutzen. Der Applaus war ihr sicher. Nach einer Phase weiterer einleitender Reden und verschiedener Grußworte aus Politik und Prominenz folgte das Fachprogramm. Statt ausgewiesener Wissenschaftlis fanden sich aber vor allem aktuelle und ehemalige Politikis sowie einige Funktionäris von Firmen und Lobbyverbänden. Viele schlugen die gleiche Kerbe wie zuvor die ehemalige Ministerin. So dir Geschäftsführer des Altersversorgungsverbandes Berlin-Brandenburg e.V. Aus dem Land der Dichtis und Denkis der genialen Wissenschaftlis und Ingenieuris ist eine Gesellschaft meist gut situierter Bedenkenträgis und Verhinderis geworden, die als Ersatz für die nicht mehr vorhandenen Existenzängste neue Phobien entwickelt. Applaus! Unser Land darf nicht den Anschluss an weltweite Entwicklungen verlieren. Richtig, rief ihrem Jemensch aus dem Publikum entgegen. Die Stimmung war kämpferisch, gemischt mit Wut und Jammern über den Gegenwind. Dann folgte die erste Pause. Der Sonnenschein, wenn auch bei kühlen Temperaturen, lockte viele Teilnehmis nach draußen. Das Dreibein war immer noch nicht geräumt, wenn auch inzwischen mehrere Hubwagen vor Ort waren, die zusammen mit der herbeigerufenen Feuerwehr das Hindernis entfernen sollten. Für die in kleine Gesprächsrunden vertieften Senexigs Lobbyistis bot das einen unterhaltsamen Anblick. So blieben viele am Rand des Geländes stehen und schauten zur Straße. Einige Mutige stapften sogar über diese zu den Infoständen der Kritikis und suchten dort die Streitdebatte. Ach, Ajit, erinnerte sich Marvin, als er seinem Pressesprecher auf dem Innenhof begegnete. Wie war eigentlich damals der Tatort? Ich hab den doch nicht angeguckt. Naja, geht so, eigentlich eher langweilig, jedenfalls die Story des Krimis. Die Baustellenbesetzung war eher komisch, die hatten das irgendwie nachgebaut, aber im Detail war alles falsch. Wahrscheinlich waren die nie vor Ort und haben nicht genau hingeguckt. Na gut, dann hab ich ja nichts verpasst. Nee, lohnt echt nicht. Dann war's mit der ruhigen Stimmung wieder dahin. Vom auf die Pause. Nun war's soweit und die nächsten 20 Minuten mussten sich alle, die weiter in der Sonne ausharren wollten, eine scharfe Protestrede gegen die Senexik und vor allem die Seilschaften, die sich hier trafen, anhören. Ich gib mir das nicht länger, schnaufte Marvin und stapfte mürrisch zurück in das Innere der Gebäude. Mal sehen, was die uns noch so bieten heute. Es folgte der Höhepunkt. Eine Festrede aus Anlass der Preisverleihung für objektiven Journalismus. Als Redni hatten die Organisatoris eine ehemalige Wirtschaftsministerie auserwählt, die lange Jahre für die Beschneidung von Mitwirkungsrechten bei Planungs- und Genehmigungsverfahren gestritten hatte. Was Sia sagte, wurde immer wieder durch Applaus unterbrochen. Sia traf die Bedürfnisse einer in eine goldene Zukunft gestarteten, aber durch die massiven Protest überraschten und teilweise gedemütigten Runde. Deutschland wird sich jedenfalls nur dann als eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt behaupten können, wenn wir auf den zukunftsträchtigen Feldern von Wissenschaft und Wirtschaft auch künftig eine international führende Rolle einnehmen. In der Senexik, wie auch auf anderen Feldern von Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, nehmen sie nur die Fusionsenergie, die Hirnsteuerung oder, um eine ganz andere Disziplin anzusprechen, die Stammzellforschung, ist dies zurzeit nicht gewährleistet. So setzen wir die Zukunftsfähigkeit unseres Landes aufs Spiel.